Die Scottish Football Association ist der führende Fußballverband in Schottland. Geschichte Die SFA wurde am 21. März 1873 gemäß einem Treffen in Devas Hotel in Glasgow, das acht Tage vorher stattfand, gegründet. Die acht Gründungsvereine waren die folgenden. 3RD Lanark Scharreifel Volunteers FC Kleizdel, FC Damprec, FC Eastern, FC Grenville, FC Kilmarnock, FC Queen's Park, FC Waller of Leven UEFA Fünfjahreswertung Platzierung in der UEFA Fünfjahreswertung Die Kürzel CL und L hinter den Länderkoeffizienten geben die Anzahl der Vertreter in der Saison 2015 16. der Champions League bzw. Der Europa League an 21. Weißrussland Weißrussland Koeffizient 20.570 CL 1 L 22. Dänemark-Dänemark-Liga-Pokal Koeffizient 19.800 CL 1 L 23. Schottland-Schottland Koeffizient 17.900 CL 1 L 24. Schweden-Schweden Koeffizient 17.725 CL 1 L 25. Bulgarien-Bulgarien Koeffizient 16.750 CL 1 L Dritte Stand Siehe auch Fußball in Schottland Schottische Fußball-Nationalmannschaft Schottland seht 17.925 CL 2003 2 L 2 L 2 L